Hallo zusammen! Herzlich Willkommen bei der Auslosung von dem Brother of Trey Spezial Abo 1000. Lass die Einrichtung eben ganz, dann gehts. Erstmal vielen Dank für den Support. Also super Sache. Wir haben uns auch über die Kommentare mega gefreut. Das war super. Du musst nicht so schreien. Du musst noch mal machen. Nein, aber schrei bitte nicht so. Entschuldigung, ich rede klar und deutlich, damit mich auch jeder versteht. Ja, aber es brennt schon im Ohr. Leck mich an. Ja, wir sind jugendfrei. Also, okay, wie gesagt, es geht um das Trikot, was ich anhabe. Die Bedingungen zu dem Gewinnstil standen ja in dem letzten Video bzw. in der Videobeschreibung. Wir werden jetzt gleich rüberswitchen in das Screen Recording. Das macht der Ronny hier auf dem Laptop. Und dann werden wir das Trikot entsprechend verlosen, weil die Kommentare so cool waren und wir gedacht haben, hey, ein Ding, ein Trikot ist vielleicht kacke. Wir haben ja gesagt, hey, den zweiten Platz belegen wir mit einer Tasse von uns nach dem neuen Design. Und noch herzlichen Dank nochmal an Ronnys Frau, die hat uns hier den Mundschutz genäht. Wir belegen den zweiten Platz, oder, ja genau, den zweiten Platz belegen wir mit dem Mundschutz und der Tasse. Und dann gibt es noch einmal einen Mundschutz extra für das coolste Kommentar, was wir am lustigsten fanden. Das suchen wir aber dann im Nachgang raus. Vielleicht gleich, wenn wir mal so ein oder fünf Bier getrunken haben. Zwölf! Wir wünschen jetzt mal rüber, Ronny startet mal das Recording. Genau. Dazu hole ich mir eben mal die URL von dem Video, habe ich ja schon offen. Schnack, schnack, schnack. So, ach, Werbung ist was Tolles. Hashtag verkackt. Hashtag verkackt. Dann sind es noch 58. Und, dann wollen wir mal loslegen. Und, geworden ist Matthias Barocke. Ja, herzlichen Glückwunsch Matthias, einmal frei. Bitte einmal dann per E-Mail bei Ronny melden. Das steht unten in der Videobeschreibung, klickt es auf brotherof2lfgmx.de. Da definitiv melden. Und alles weitere klären wir dann da via E-Mail. Genau, aber jetzt nichtsdestotrotz, jetzt kommt der, ich sag mal, der zweite Platz. Das ist die Tasse und der Mund-Naht. Der zweite Preis, hier, ich zeig's nochmal. Ich geh mal ein bisschen dicht daran, dann kann man das schön sehen. Hier unsere Tasse. Macht die Kamera nicht kaputt. Ja, ja, natürlich auch. Ich bin sehr zärtlich zu der Kamera. So, 3, 2, 1. Und... Gewonnen hat Alex. Yay, nein. Guido Gericke. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Einwandfrei. Super. Ja, wir haben uns mal kurz geschmossen und nochmal die Kommentare gelesen. Und gewonnen hat... Ja, gewonnen hat der Gerrit Hampel. An der Stelle nochmal Grüße. Ich lese es vor. Herzlichen Glückwunsch. Richtig tolle Videos. Total verrückt. Aber Alex, der Normalste in der Truppe. Hm, definitiv verkackt. Herzbegriffen. Ja, ich denke, das sagt alles aus. Also der Preis der Maske geht auf jeden Fall an den Gerrit. Vielen Dank. Und... Lasst ein Abo da, wenn ihr das so nett gemacht habt. Also, wir haben immer Spaß. Und bei uns geht's immer ab. Definitiv. Genau. Also nochmal, der Matthias mal bitte melden. Der Guido bitte auch melden per E-Mail. Und der Gerrit bitte auch melden. Alles per E-Mail, sodass wir Kontaktdaten austauschen können. Wo wir dann die Preise hinsenden. Und wir klären dann alles in den E-Mails. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Wir haben das natürlich jetzt... Ja, live aufgezeichnet. Live aufgezeichnet. Soll ich morgen so mal warten willst. Okay, alles klar. Okay, Jungs. Keine Zeit. Es wird auf jeden Fall weitere Videos und viel Spaß geben. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ja, wir machen gerade die Auslosung. Oder wollen gleich die Auslosung filmen. Und das ist so für die Outtakes. Ronny, sag Hallo. Hat nicht geklappt. Das ist der Flo. Alex ist der Verrückte. Genau. Damit die zwei hier klarkommen. Hier schon mal jeder... Das ist alle. Damit die Dings locker wird. Die Stimme. Haben die sich gerade schon mal hier so eingenehmigt. Float, du leer ich. Das ist für die Dings Aer Pixie. Das ist für die Dingser. Lüge ich. Bis zum nächsten Mal.